Die Spur des Lichts von Andrea Camilleri. Es liest Bodo Wolf. Die Spur des Lichts von Andrea Camilleri. 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 Er war spät aufgestanden, weil er ausnahmsweise einmal nicht ins Büro musste. Seine Stimmung sank. Mit einem Anruf hatte er überhaupt nicht gerechnet. Wer wollte ihm da unbedingt auf den Sack gehen? Es war ein besonderer Tag für Vegata. Und mit Ausnahme des Telefonisten sollte eigentlich niemand im Kommissariat sein. Ein besonderer Tag insofern, als der Herr Innenminister vor Ort war. Er hatte die Insel Lampedusa besucht, deren Aufnahmezentren – man genierte sich tatsächlich nicht, die Flüchtlingslager so zu nennen – nicht einmal mehr für einen vier Wochen alten Säuglingplatz hatten. Sardinen in der Dose hatten mehr Bewegungsfreiheit. Und jetzt wollte er sich auch noch die Notunterkünfte in Vegata ansehen, die gleichfalls so brechend voll waren, dass diese armen Geschöpfe auf dem Boden schlafen und ihre Notdurft im Freien verrichten mussten. Aus diesem Grund hatte der Signori Equestori Bonetti Alderigi die allgemeine Mobilmachung des Polizeipräsidiums Montelusa und des Kommissariats Vegata angeordnet. Die Polizeibeamten sollten die Straßen absperren, die der hohe Staatsvertreter nehmen würde, und dafür sorgen, dass er keine Pfiffe, Buhrufe und Beschimpfungen, hochsprachlich Protestkundgebungen genannt, sondern nur den Applaus von ein paar Hungerleidern zu hören bekam, die man eigens dafür herangekarrt und bezahlt hatte. Ohne das geringste Zögern hatte Montalbano die ganze Angelegenheit seinem Vize Mimi Orgello übertragen und die Gelegenheit genutzt, einen Tag freizunehmen. Allein wenn Montalbano den Signori e Ministro im Fernsehen sah, geriet sein Blut in Wallung. Kaum auszudenken, was passierte, wenn er ihm persönlich selber begegnen würde. Dabei hegte der Kommissario insgeheim die Hoffnung, dass es in der Stadt und im Umland von Vegata an diesem Tag, aus gebotenem Respekt vor einem Regierungsvertreter, weder zu einem Mord noch sonst einer Straftat käme. Die Kriminellen würden doch wohl genügend Takt und Feingefühl aufbringen, diesen Freudentag nicht zu verderben. Wer also konnte der Anrufer sein? Montalbano beschloss, das Klingeln zu ignorieren. Aber nachdem das Telefon kurz verstummt war, fing es wieder an zu läuten. Und wenn es Livia war, die ihm etwas Wichtiges mitzuteilen hatte? Nein, es half nichts, er musste das Gespräch annehmen. Pronti, Dottori! Catarella sum! Montalbano war baff. Catarella sprach Latein? War die Welt jetzt völlig aus den Fugen geraten? Nahte das Ende aller Zeiten? Er hatte sich bestimmt verhört. Was hast du gesagt? Catarella hier, Dottori! Er atmete erleichtert auf. Die Welt war wieder in Ordnung. Was gibt's? Dottori, ich muss Sie als allererstes warnen, dass es sich um eine langatmige und komplexierte Geschichte handelt. Montalbano angelte sich mit dem Fuß einen Stuhl und ließ sich darauf nieder. Dann lass mal hören. Also es ist nämlich so. Heute Morgen unterstellte sich der Unterzeichnete zu Diensten von Dottori Augello, insofern als man nämlich die Landung des Hubschraubers erwartete, der den Signore e Ministro... Ist er schon da? Das weiß ich nicht, Dottori. Ich bin den genauen Umständen entsprechend unkenntlich. Und warum? Ich bin insofern unkenntlich, als ich mich nicht vor Ort befinde. Ja, wo bist du denn? Ich befinde mich an einem anderen Ort, in der Contrada Casuza, Dottori. Irgendwann hat selbiger Dottori Augello einen Anruf aus unserer Telefonzentrale bekommen, wo mich der Kollege Filippazzo Michele vertritt. Insofern, als sich selbige das Bein verstaucht hat und nun den Dienst versieht. Entschuldige welcher selbige? Dottor Augello oder Filippazzo? Er zitterte bei dem Gedanken, dass Mimi krankheitsbedingt außer Gefecht gesetzt war und deshalb er, Montalbano, den Minister empfangen musste. Filippazzo Dottori, welcher keinen aktivischen Dienst leisten konnte und den Anruf an Fazio durchgestellt hat und als Fazio den nämlichen Anruf entgegengenommen hatte, hat er zu mir gesagt, ich soll den Anflug des Hubschraubers sausen lassen und unverzüglich gleich zur Contrada Casuza aufbrechen, wobei nämliche... Montalbano wurde klar, dass es den halben Vormittag dauern würde, bis er ein genaues Bild hatte. Hör zu, Catare! Wir machen es so. Ich informiere mich über diese Geschichte und melde mich in fünf Minuten wieder. Fazio ging sofort ran. Ist der Minister schon da? Noch nicht. Catarella hat mich gerade angerufen und eine Viertelstunde geredet, aber ich habe nicht kapiert, was los ist. Dottori, Folgendes ist passiert. Ein Bauer hat angerufen, weil er auf seinem Acker einen Sarg gefunden hat. Leer oder voll? Das habe ich nicht genau verstanden. Die Verbindung war ziemlich schlecht. Und warum hast du Catarella hingeschickt? Es schien mir keine große Sache zu sein. Er dankte Fazio und rief Catarella zurück. Ist der Sarg leer oder voll? Dottori, auf dem vorgenannten Sarg ist ein Deckel und daher ist infolgedessen der Inhalt des besagten Sarges unsichtbar. Du hast also gar nicht reingeschaut? Nein, Dottori, insofern, weil ich in Ermangelung eines Befehls war, den Deckel des besagten Sarges hochzuheben. Wenn sie mir befehlen, dass ich ihn öffnen soll, dann öffne ich ihn, aber es ist nicht nötig. Warum denn nicht? Weil der Sarg nicht leer ist. Woher willst du das wissen? Das weiß ich, weil der Bauer, welchiger der Eigentümer von dem Acker ist, auf dem sich der besagte Sarg befindet, und welcher Annibale, Lokoko heißt, Sohn des verstorbenen Giuseppe, welchiger hier neben mir steht, den Deckel so weit angehoben hat, dass es für die Einsicht reichte, dass der Sarg besetzt ist. Besetzt von wem? Von der Leiche eines gestorbenen Toten, Dottori. Die Geschichte war also keineswegs eine Kleinigkeit, wie Fazio geglaubt hatte. Na gut, warte auf mich. Fluchend war er in sein Auto gestiegen und losgefahren. Der Sarg war für ein Begräbnis dritter Klasse bestimmt. Für einen ganz armen Schlucker. Er war von billigster Machart aus grobem Holz gezimmert und unlackiert. Unter dem leicht verschobenen Deckel schaute ein Stück weißes Leinen hervor. Montalbano beugte sich hinunter. Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zog er es etwas weiter heraus. Der Stoff war mit den ineinander verschlungenen Buchstaben B und A bestickt. Annibale Lococo, ein hagerer 50-Jähriger, mit sonnenverbrannter Haut, saß mit einem Gewehr über der Schulter auf dem Fußende des Sargs und rauchte eine halbe Toskano-Zigarre. Katarella stand in strammer Haltung einen Schritt entfernt. Vor Aufregung, zusammen mit dem Kommissario Ermittlungen führen zu dürfen, hatte es ihm die Sprache verschlagen. Die Landschaft war öde und karg, der Boden steinig. Nur hier und da gab es ein paar Bäume, die seit Menschengedenken keinen Tropfen Wasser gesehen hatten, einige Büschel Mohrenhirse und aufgeschossenes Unkraut. Tausend Meter entfernt stand ein verlassenes Häuschen, dem die Gegend vermutlich ihren Namen verdankte. Unweit des Sargs, auf der staubtrocknen Erde waren die Reifenspuren eines Lieferwagens und die Fußspuren zweier Personen zu erkennen. »Was bauen Sie hier an?« fragte Montalbano den Bauer. Bevor der Bauer antwortete, nahm er die halbe Toskana aus dem Mund, spuckte verächtlich aus und steckte sie sich wieder zwischen die Zähne. »Nichts! Was zum Teufel soll man hier anbauen? Hier wächst nichts! Dieser Boden ist verflucht!« »Ich komme nur zum Jagen her. Hier gibt's jede Menge Hasen.« »Und Sie haben den Sarg entdeckt?« »Ja.« »Wann?« »Holte Morgen, gegen halb sieben. Ich habe euch sofort übers Handy verständigt. Sind Sie gestern Abend auch hier vorbeigekommen?« »Nein, ich war drei Tage nicht hier.« »Dann wissen Sie also nicht, wann der Sarg hier abgestellt wurde?« »Richtig.« »Haben Sie reingeschaut?« »Klar!« »Hätten Sie es nicht getan?« »Ich war neugierig. Ich habe gesehen, dass der Deckel nicht verschraubt war und in ein Stück angehoben. Da ist eine Leiche drin. Eingewickelt in ein Tuch. Haben Sie eine Idee, warum man den Toten ausgerechnet auf Ihrem Acker abgestellt hat? Wenn ich so viel Fantasie hätte, würde ich Romane schreiben.« Und das klang überzeugend. »Also gut. Stehen Sie bitte auf. Katarella, heb den Deckel hoch.« Katarella kniete sich neben den Sarg und hob den Deckel ein wenig an. Dann drehte er ruckartig den Kopf weg und verzog das Gesicht. »I am Fete«, sagte er, an den Kommissariogewand. Montalbano wich verblüfft einen Schritt zurück. Dann stimmte es also doch. Er hatte sich nicht getäuscht. Katarella sprach Lateinisch. »Was hast du gesagt?« »Ich habe gesagt, er stinkt schon.« »Oh nein.« Dieses Mal hatte er es klar und deutlich gehört. Ein Irrtum war ausgeschlossen. »Willst du mich verarschen?« platzte es aus ihm heraus, mit einer Heftigkeit, die ihn selbst erschreckte. Zur Antwort fing in der Ferne ein Hund an zu bellen. Katarella ließ den Deckel fallen und richtete sich kerzengerade auf. Sein Gesicht war puterrot. »Ich? Sie?« »Ja, aber wie kommen Sie denn darauf? Ich würde es niemals wagen, Sie...« Die Stimme versagte ihm. Verzweifelt vergrub er das Gesicht in den Händen und fing an zu jammern. »O me miserum! O me infelikem!« Montalbano schon ordentlich in Fahrt verlor, jetzt vollends die Beherrschung. Er stürzte sich auf Katarella, packte ihn am Kragen und schüttelte ihn wie einen Birnbaum mit erntereifen Früchten. »Mala tempora curunt«, warf Lococo philosophisch ein und zog an seiner Zigarre. Montalbano hielt mitten in der Bewegung inne. Der Schreck war ihm in die Glieder gefahren. In dem Moment öffnete sich der Sargdeckel, krachte scheppernd zu Boden und der wie eine Mumie eingewickelte Tote richtete sich ganz langsam auf. »Montalbano, haben Sie denn gar keinen Respekt vor den Toten?« fragte er sichtlich aufgebracht, während er das Tuch abnahm, sodass man das Gesicht erkennen konnte. Es war der Signori i Questori Bonetti Aldericci. Montalbano blieb lange liegen und sann über den Traum nach, der ihn ziemlich mitgenommen hatte. Nicht, weil der Tote sich als Bonetti Aldericci entpuppt hatte oder weil Catarella und Lococo angefangen hatten, Latein zu sprechen, sondern weil es ein verräterischer, ein trügerischer Traum war. Einer jener Träume, bei denen der Gang der Ereignisse einer strengen Logik und plausiblen Chronologie folgt und jedes Detail so stimmig ist, dass man zunehmend das Gefühl gewinnt, es sei gar kein Traum, sondern Wirklichkeit. Einer jener Träume, in denen die Grenzen zur Realität immer mehr verschwimmen. Zum Glück entbehrte das Ende der Geschichte jeglicher Logik, sonst hätte er nach einiger Zeit wirklich nicht mehr gewusst, ob das alles real oder nur geträumt war. Dabei entsprach nichts in dem Traum der Wirklichkeit. Nicht einmal der Besuch des Ministers. Und infolgedessen hatte Montalbano heute bedauerlicherweise nicht frei, sondern einen ganz normalen Arbeitstag. Er stand auf und öffnete das Fenster. Vom Meer zogen graue, gleichförmige Wolken auf, die den blauen Himmel langsam verdunkelten. Als Montalbano aus der Dusche stieg, klingelte das Telefon. Er rannte los, ohne sich abzutrocknen, und tropfte den Fußboden voll. Fazio war am Apparat. Dottori, entschuldigen Sie die Störung, aber... Was gibt's? Der Polizeipräsident hat gerade angerufen. Eine Eilmeldung. Es geht um den Innenminister. Ist der nicht in Lampedusa? Doch, doch. Aber offenbar möchte er die Notunterkünfte in Vigata besuchen. Er landet in zwei Stunden mit dem Hubschrauber. Das hat gerade noch gefehlt. Warten Sie! Der Questore hat das gesamte Kommissariat dem Befehl seines Stellvertreters Signorino unterstellt. Und der wird in einer Viertelstunde hier eintreffen, das wollte ich Ihnen sagen. Montalbano stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Danke! Sie haben natürlich nicht die Absicht, sich blicken zu lassen? Dreimal darfst du raten. Und was sag ich, Signorino? Dass ich mit Grippe im Bett... einhör... Die Absicht kurz hat das immer hier in Böden... Vielen Dank.